Cranch Roy Leute und heute gibt es nochmal eine Folge TTT in Fortnite und die erste Folge kam ja richtig gut bei euch an und in dieser Folge war ich immer der Traitor und hatte somit noch eine Deagle und eine gestalldämpfte Sniper und musste versuchen alle Innocence zu eliminieren und gleichzeitig noch versuchen, dass ich nicht als Traitor auffliege. Und eine Runde hat ja auch immer zwei oder drei Traitor und deshalb hatte ich manchmal auch noch andere Traitor-Kollegen. Für die genauen Regeln guckt euch einfach das erste TTT-Video von mir an, falls ihr noch mehr davon sehen wollt, dann zeigt sie mir mit einem Like auf diesem Video und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hey, wo seid ihr jetzt, Alter? Wir sind auf dem Dach, also viele. Aber unten sind auch noch welche, oder nicht? Lebt Hori noch? Hori, lebst du? Ich glaube, den habe ich gekillt. Hey, Hori. Oh, den? Oh, Impuls war Hori. Ja, das war ja nicht direktiv. Das war Hori. Der Hori ist ja tot, glaube ich, ne? Ja, der war wieder Traitor, Digga. Ich habe es dir gesagt. Ich projekte, dass du nicht schmackst. Ähm, Crenge, du bist mir ein bisschen auffällig. Ja, ne? Ja, ja, du mir auch. Du mir auch. Das ist das Ding. Das ist genau Crenge. Das ist das Ding. Ich habe den Liebesranger. Ja, der ist die ganze Zeit weg, das ist der Crenge. Und er hat ja noch mal auf mich geschossen, Alter. Hier ist dieser... Ah, der Raumfahrer. Äh, äh, Crenge. Ich bin safe für Crenge. Ich bin safe für Crenge. Der war die ganze Zeit weg. Was? Ja, W.O. war's, W.O. war's nicht tot. Hä? Ich war ja auch die ganze Zeit hier, Jungs. Alter, jetzt sind wir ganz ruhig. Ey, ich war mit Crenge unterwegs. Crenge war's nicht. Ey, 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 ey. Ich war mit Crenge unterwegs. Der Direktiv ist hier. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich hätte ihn schon killen können. Ja. Lass mal, lass mal, äh, Dings. Alle Mots im Lagerfeuer nochmal oder so. Oh, kann ich's Mini haben? Das wäre korrekt. Das wäre echt korrekt. Traitor? Ah, da schlürft er sich's rein. Hm. Geh du vor. Kann ich das Ding zeigen? Ich hab... Ja, du kannst es haben. Boah, es sind nur noch 5 Minuten. Das ist doch nichts dabei. Aber Hori ist noch... Also, Hori ist Traitor, sicher. Kannst du das? Ja, der ist doch tot, Digga. Der Hori ist tot. Ach, ach so. Ja, wo rüber Traitor und du bist Traitor. Ich hab wieder getötet, Digga. Ey, sind das jetzt Kenny und Amar, die weg sind? Ja, ja, ja. Geh mal einen Mini, Digga. Wir sind beide zusammen. Nee, komm. Also, wenn einer von den beiden fehlt, bist du auf jeden Fall bescheuert. Ich bin's nicht, aber der nächste Mini gehört mir. Ich bin's auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Hab du auf mich gewehrt oder auf mich geschossen? Crenge! Ich nicht! Crenge! 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 Ja, er hat Crenge zusammen. Was? Was? Hey, also, ich hab ja... An sich, da haben wir nichts zu tun. Guck mal, wo's hier ist. Wo, 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 wo? Jungs, ich bin da, Jungs, Jungs, Jungs. Egal, ich komm runter. Guck mal, was da war. Er zieht, er zieht, er ist auf Westen, er ist auf Westen. Guck mal, was da war. Ja, ja. Ich such immer noch diesen Typen, der Just ist abgeknallt, ne? Und der war auf einmal weg. Ich weiß. Er ist hier bei mir beim... Warte auf, jetzt. Wo ist der? Einer hat gesnaped. So. Ich bin mit Kenny noch. Ich bin mit Kenny noch, ne? Hat der grad Impuls benutzt? Ey, Taktik, moin. Das hieß ein Labyrinth hier, Alter. Ich komm noch nicht mehr raus. Warte mal. Geh. Aber es kann halt Kenny und Amar... Ey, es könnt sein... Es, es könnt sein... Bei dem bin ich jetzt. Es könnte sein, dass es er ist. Es könnte sein. Passt auf, passt auf. Hinten. Ist Crenshaw tot oder nicht jetzt? Ich bin noch am Leben. Ich red ja noch. Ich bin immer noch am Leben. Bist eh nicht Crenshaw, oder? Denny, mach dich mal voll. Ja, wie? Ich bin denn nicht. Sicher? Bist ja kein Trader, glaub ich. Hey, Justice ist auf jeden Fall... Ey, ich hätte abgeschossen. Einer ist im Gebüsch neben uns. Ey, Crenshaw ist hier bei uns im Gebüsch, Gebüsch, Gebüsch. Ja, ich bin hier, ich bin hier. Ey, ich sehe nix wegen dem Busch. Ey, schieß, 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 schieß. Ich hab den Gurgel, ich hab den Gurgel geholt. Nein. Ey, Crenshaw... Crenshaw ist auf dem Baum, auf dem rosen Baum, auf dem rosen Baum. Auf dem rosen Baum, auf dem rosen Baum. Lass ihn mal kaputt meinen Baum, oder geht nicht? Er geht nicht. Die sollen wir da runterholen? Wo ist er denn? Nö, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ah, ah, ah. Ich hiel mich kurz. Ja, geh du hoch. Direktiv, nimm diesen Impuls. Liga, ich hab grad... Impuls... Ja, komm hoch, komm hoch, komm. Er ist immer noch oben. Oh, da, wo ist er? Ey, er ist oben, hallo. Er ist durchgezogen mit Impuls, oder? Ja, ja, ja. Ne, ich war das. Oder? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ah, geil. Oh. Ah, das ist ne... Liga. Den schnapp ich mir jetzt. Kannst du mitkommen, Crenshaw? Auf jeden Fall schnapp ich den mir jetzt. So. Oh. Oh. Ah, ey. Das war ja. Sascha war's, Digga. Wallah, Sascha war's. Wallah. Okay, dann. Werden wir durch. Der läuft hier rum. 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 Ey, easy, man. Traum macht er jetzt. Ich hab das gar nicht richtig verstanden. Was war denn? Was war denn? Was war denn grad so lustig? Digga, der fährt da mit dem Auto so rum. Der läuft hier rum. Der läuft hier rum. Der läuft hier rum. Digga, der probiert euch die ganze Zeit zu überfahren, aber ihr trackt das nicht, Digga. Ich hab go-go. So. Angel. Ich hab go-go. Man wird nicht mehr an, damit ihr abgefallen ist. Digga, ihr hattest den ganzen Zeit probiert, euch anzutreten, aber ihr habt nicht gecheckt. Ich hab das letzte Mal Crunch vertraut und dann hat er mir ne Kugel in den Kopf gejagt. So einer bin ich nicht. Das halte ich für einen Mythos. Ja, du hast gewonnen. Ich bin ganz anders. Das hab ich nicht auch genommen direkt von Anfang. Wo seid ihr denn, Jungs? Dann nehme ich mir halt das, was jetzt eh schon wie gespawnt ist. Komm, jetzt gönnt's mir. Oder soll ich's nicht? Darf ich's nicht? Ihr macht wieder Schnickschnack-Schnack. Wieso darf? Okay. Ja, dann hat der doppelten Gewinn oder war's, Alter? Komm. Komm, Alter. Ich brauch aber auch noch Silt. Ich will um Silt spielen. Ja, ich brauch auch Silt. Ey, ich hab Silt, Mann. Okay, dann machen wir um Silt. Komm, dann spielen wir um Silt, oder? Wer ist Silt? Ich geb den Preis, Mann. Binilio. Los, los. Ey, ich komm. Moment. Ey, ja, ich komm, Bruder, der ist gefährlich. Ja, easy. Keine Ahnung, wo ihr seid, Mann. Ah, hier. Er verschießt, Digga. Achso, du hast ja gewonnen. Du darfst das Silt nehmen, alles klar. Cratch, du hast verloren. Du hast verloren. Du hast verloren. Ja, Ali? Da haben wir dich geschossen, hast du gehört? Ja, ja. Der verschießt, Digga. Wer war das? Diese Frage von Cratch, ne? Wer war das? Ich schwöre so auffällig. Ja. Wer war das? Wo bist du Cratch? Wo bist du Cratch? Wo bist du? Wer war das? Ali, wer war das denn? Wo bist du? Wer war das wohl? Also, ich weiß nicht. Ich kann's nur mal so sagen. Ja, wo bist du denn? Aber ich glaube, es könnte, ich glaube, es könnte Vinius gewesen sein. Also, ich hab 100% Goku. Egal, ob was es ist, ich töte euch alle vorher. Ja. Ja. Wer ist nochmal der Detective? Wo ist der Detective? Der Detective ist tot. Der redet schon gar nicht mehr. Was? Seko? Ja, der Detective ist tot. Ist es sicher der Detective gewesen? Ja, hier, Bruder. Der macht gefährlich. Der ist gefährlich. Ja, ja, Vinius. Auf mich wird er angeschossen. Da hat einer geschossen. Aber die kann auch zu zweit sein. Er kann auch warten. Trinkt keine Armor. Ey. Der will sich schon wappnen. Da hinten, da hinten bei W. Crenshaw ist ein Crenshaw. Das ist ein Crenshaw. Nein, ich bin es nicht. Crenshaw ist ein Crenshaw. Crenshaw ist ein Crenshaw. Crenshaw ist ein Crenshaw. Was labert ihr, Alter? Bruder, Ali komm mit. Was labert ihr, Mann? Ey, habt ihr irgendwas gehört, dass irgendjemand gesnipet hat oder so? Ich glaub, hier ist immer René. Was, Alter? Die ist irgendjemand. Der will uns killen, Mann. Der will uns einfach killen, Mann. Wir müssen aufpassen. Ich bin jetzt, äh... Das ist so schlecht. Auf dem Dach gerade. Er ist im B... Ich hab ihn, ich hab ihn. Er ist im B... GG. Du wüsstest nicht. Okay, und ich sag, du wüsstest, Digi. Und um was? Boah. Was war denn, Digi? Digi, Mann, Vinius. Ich kann dich töten. Hä? Hä? Ich kann dich töten. Mach dich, Mann. Ey, mach dich, Mann. Ey, gib mir mal... Ey, da wurde jemand getötet. Wer... Oh, oh, oh. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn zwar nie gewonnen, ne? Ja, ha. Bruder, wir haben gar nichts... Jungs, irgendwo... Irgendwo ist einer, der killt. Irgendwo ist einer, der killt. Ja, die sind Fuffi gerettet, Bro. Jetzt sind alle schon wieder tot und aus. Ja. Ey, wirst du killt mich, Wunder, Mann? Ich war innocent. Du warst innocent? Ja, und ja auch. So, keine Ahnung, ist, wo der mich killt, aber... Hier im Haus... Digga, der sucht einfach Stress. Es gibt solche Leute, ne? Die suchen diese und diese Stress, Digga. Welches Kinsandro? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, Alter. Und ist dann nicht so, dass der mich das erste Mal geholt hätte, ne? Ich kann nicht springen, das ist ein ganz großes Problem gerade. Wo ist denn das? Alles gut. Jungs. Ich bin am Leben, Jungs. Alles gut, ne? Wo ist denn das? Der ist oben, Digga, oben. Du musst wirklich gucken, Digga. Der droppt die Leute so schnell, Alter. Leute, ich wollte nochmal pennen nicht Spaß gemacht. Das kann's nicht mehr sein, Jungs. Alter. Einer mit Impuls, einer mit Impuls. Erst bin ich. Jungs, der Traders hier. Der Traders hier. Jungs. Jungs, passt einfach auf, okay? Jawohl, Digga. Gute Nachtschlafen. Ich hör ihn. Macht gut, ne? Und wen müssen wir holen? Waffe? Ja, du hast gewonnen. Hä? Ich bin's doch nicht, Alter. Waffen Traitor. Waffen Traitor. Ja, aber ich wurde auch holt. Ihr verdächtigt mich jetzt, oder was? Wo bist du denn? Treffen wir uns. Komm, lass treffen. Komm, komm. Ohne Waffe. Ja, okay. Ich lauf ohne Waffe rum, okay? Da habt ihr eine Chance. Ja, kommt beide in den Knast. Ich dachte, du wärst es nicht. Ey, warte. Chillt mal, chillt mal. Wo sollen wir uns treffen? In den Knast. Wir sollen bei... Knast? Hä? Aber wenn Kräntchen das ist, dann bin ich tot, Digga. Er juckt. Ja. Ne, Digga, sagt mal, wo seid ihr? Unser Knast, ich find den nicht. Hier da hinten. Norden. Ah, ja. Ich komm. Also, Tactic, du bist der Detective, oder? Wer ist der Detective, der Letzte? Aber ey, du bist doch der Mörder. Wenn ich jetzt mit dir in den Knast stehe, Digga. Ja, aber wer lebt jetzt noch, Digga? Der redet doch nicht, oder? Wer ist das? Ja. Detective, wo bist du? Äh, ich frage grad. Aber ihr seid beide Traitor, Alter. Ey, die rote Ritterin. Die rote Ritterin. Ich bin nicht Traitor. Sag ich nur. Ja, du bist nicht Traitor, oder? Nein! Digga, wieso läufst du dann da allein rum? Du bist das, Mann. Ich bin hier mit dir direkt. Ja, wow. Ey, bin ich mit dir, oder was? Wo bist du denn? Guck mal, er kommt nicht. Wir müssen ihn ja... Nein, ich bin doch da. Wo bist du denn? Der Detective ist auf dem Dach, oder nicht? Komm, komm. Komm, mach eins gegen eins. Digga, wenn du jetzt schießt, Digga. Eins gegen eins, Digga. Komm. Ja, wer lebt noch? Äh, nur der Detective. Das war's mit Trouble in Terrorist Town. Lasst mir sehr gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, euer Crunch Royal.